Hallo Strandurlauber, ich bin Christina von Beach Inspector und grüße euch von der Praia Verde im Südosten Portugals. Dieser Strand an der Sandalgarve ist wirklich in Mode. Hier kommen nicht nur Familien her, sondern in den letzten Jahren auch immer mehr junge Leute. Das mag vielleicht an den Restaurants liegen, die sich hier am Strand angesiedelt haben. Diese bieten euch einen etwas exklusiveren, teureren Flair. Ihr könnt in einem Fischgerichte genießen, dazu ein Gläschen Champagner schlürfen oder euch einfach an den Liegen bedienen lassen. In einem anderen Restaurant, so habe ich mir sagen lassen, gibt es das beste Sushi zwischen Faro und Sevilla. Ansonsten kommt ihr in den Genuss einer breiten Palette von Wassersportangeboten oder könnt euch zur Entspannung einfach mal eine Thai-Massage genehmigen.